Ey Leute, Minecraft-Challenge, Spoiler von Dingens, ne? Weißt du bescheid, blockige Spiele, ne, die Sterzen, sooo... Ähm, und zwar, ich mach ne Minecraft-Challenge, ich nehm jetzt täglich 20, ne, täglich einen Part, bis ich 20 hab, auf, und zwar, jeder Part wird nur 10 Minuten lang. Okay, hört sich jetzt mal ein bisschen kurz an, aber, es hat einen tieferen Sinn, und zwar, ähm, ich, äh, versuch in den ersten 10 Parts, ja, okay, äh, in den ersten 10 Parts hört sich schon leicht an, aber, ich versuch in den ersten 10 Parts, ähm, mir ein kleines Haus aufzubauen, und Diamanten, soviel Diamanten zu finden, dass ich mir Diamantschwert und Pickaxe holen kann, also, craften kann. Und danach versuch ich, also in den, nach den 10 Parts, mach ich dann Dingens, ähm, 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 ah, wer ist denn, ich weiß jetzt, versuch ich, dass ich, äh, Rüstung aus Diamanten hab, und, dass ich, alles, also, Diamantchwert, Diamantpickaxe jemand Schaufel, Diamant-Axt, ja, okay, Schaufel, und Axt, ne, nicht so wirklich, aber Diamants, äh, Rüstung, und so, alles, verzaubert hab mit mindestens Level 10. Okay? Alle verstanden? Okay, ja, gut, okay, dann, machen wir den Singleplayer, machen wir uns ne, Neveld, Dann nennen sie die Challenge, schreibt man das so? Keine Ahnung. Auf Survival? Oh, auf Hardcore, das ist richtig krass. Hm. Ne, das mache ich ein anderes Mal. Da weiß ich jetzt. Ups, Alter, da weiß ich jetzt. Boah, jetzt muss ich zweimal aufstoßen, ekelhaft. Äh, da weiß ich jetzt, was ich machen kann. So, aber ich nehme die Bonus-Chest, denn da ist manchmal ganz, 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 ganz gutes Zeug drin. Ich nehme den Seed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Ich hoffe, ich komme auf keine Ice-Map raus. Ich hasse Ice-Maps. Nochmal so, am Rande. Und ich hoffe, ich bin nicht im Dschungel. Ich will einfach nur einen schönen kleinen Wald und eine schöne große Wiese, dass ich mir so schön viel ausdenken kann beim Bau. So, hm, okay. Äh, ja, dann starten wir mal. Create World. Ich muss gerade noch meinen Timer zurechtstellen. Okay, so. Create New World, Loading World, Building Terrain. So. Ne? Und ich habe was zu trinken neben mir, denn ich habe manchmal echt beim Labern, ich habe es beim, gerade eben bei der Aufnahme von FVL2 gemerkt, ich habe zwar nicht wirklich viel gelabert, aber ich habe einen trockenen Mund gekriegt. Ich habe einen krass trockenen Mund gekriegt, weil ich einfach auf Zeitdruck war. So, sobald es geladen ist und ich mit dem Schlückchen fertig bin, kann ich anfangen. Okay, warte. Oh. Und? Ich mache erst mal, äh, Musik. 30. Hm. Okay, 25. So. Und Timer Start und los geht's. Oh. Oh, genau sowas wollte ich. So. Ja, warte mal, das kommt mir bekannt vor. Hm. Egal. Ich muss mich beeilen, denn ich habe nur 10 Minuten Zeit und eine halbe Minute ist schon um. So. Ja. Inventar öffnen. Um Achievement zu holen. Getting Wood. Okay. Zweites Achievement. Boah. So viele Achievements auf einmal. So. Alter. Super Klima hier, Alter. Boah. Junge. Dieses Geräusch habe ich nicht vermisst. Ganz ruhig. Hööö. Da ist ja noch einer. Wieso sind hier so viele Creeper? Was ist da los? Ach, da ist eine Höhle. Ja, komm, schnell weit weg. Ja, dann habe ich wenigstens ein bisschen... Halt's noch. So. Alter, Alter! Bleib da drin, Mann! Ihr Hurensöhne! Boah! Junge! Du Arschgesicht, Creeper, lalala! Jetzt habe ich kein... So. Wer hat sich noch so erschrocken wie ich? Alter! Muss erst mal bringen, Alter! Du wirst gespawnt und sofort hast einen Creeper in der Fresse, ey! Mein Gott! So... Time to mine! Ja, ich habe mir jetzt erst mal... Ich glaube, ich mache erst mal sechs Steine. Dann kann ich mir nämlich schon mal eine Axt und eine... Dingenspawn. Wie heißt denn der Scheiß jetzt? Eine Axt und eine Pickaxe? So... Axt her... Pickaxe her... So... Weg damit! Da habe ich sie eigentlich da drüben. Ich hasse das... Ich hasse den Anfang von Minecraft. Das ist alles immer so ein hessiges Gewusel. So... Ich glaube, ich hole jetzt erst mal Holz. Ähm... Ja... Richtig dumm! Richtig dumm! Ich renne... Ich renne von meiner Workbench weg! Maaah! So, aber... Hören wir auch gleich mal... Wolle! Wolle, komm her! Boah, die Einstellung ist grad voll krass auf Dings! Wo ist das? Wo ist das? Nein, da... Oder? Ist das da? Ne, ähm... Pension Controls... Sensitivity... Ich mach mal auf... Da kommen wir auf 80. So, dann... Dann... Back to game. Schon besser. So... Toll, ich hab schon Hunger! Ich hab schon Hunger! Auf was fürn Fähigkeitsgrad spiele ich eigentlich? Easy! Alter, was ist da los? Was ist da los? Junge! Scheißdreck! Zwei Creeper, Alter! Einfach am Anfang! Zwei Creeper! Was... Junge! Ich bin grad... Oh! Ich bin grad so ein bisschen gestresst! Ich versuch's echt schnell zu machen, den Scheiß hier! So... Irgendwo her muss ich Essen kriegen! Aber... Da ist Kohle, da ist Kohle, da ist Kohle! Ja, damit! So... Was hab ich gesagt für das für ein Level? Level 20, oder? Ich mach lieber Level 10! Ne, Level 10 hab ich ja gesagt! Gut! Okay! Kohle, Kohle, Kohle! Kohle! Buhh! Wie viel Zeit hab ich noch? Lalalalalala! Ja, was ist das denn? Hey, gibt's neue Blumen? Flumen! Also man... Ich glaub, man merkt... Ich hab schon lange nicht mehr... Minecraft gespielt. Was ist das denn? Pill? Ne! Nee! Ja, so doppelte Blumen... Ich hab jetzt bei jedem Geräusch Angst, Alter! Hat grad irgendwas krrrr gemacht! Ich mach schon mal den Pool... So... So, aber ich glaub... Ich hab noch fünfeinhalb Minuten... Uiuiui... Jetzt hat's grad ein bisschen geleckt... Ich hab noch fünfeinhalb Minuten... Melden... Oh! Und da sind Kühe eingesperrt! Gut! Oh, leck, Alter! Stirb, stirb! Dankeschön! Lecker, lecker! Nom, 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 nom! So, stirb, stirb! Oh, da sind sogar so rote Dinger! Geil, Alter! Boah! Hey, sieht schön aus, aber... Ich hab jetzt echt schon lang keinen... Minecraft mehr gespielt, also nix denkt man nicht jetzt so... Boah, ist das geil, ey, das ist ja voll neu! Ich war euch jetzt wahrscheinlich schon wieder voll alt, ihr wart jetzt wahrscheinlich alle wieder auf die neuere Version... Entschuldigung, aber... Für mich ist halt cooler, ich hab jetzt... Keine Ahnung... Ein halbes Jahr? Ne, ein halbes Jahr nicht, aber mindestens drei, vier Monate... Kein Minecraft mehr gespielt... Und ja, ich nehm jetzt einfach mal mit, mal gucken, was man daraus machen kann... Vielleicht doch einfach nur rote Farbe, mal gucken... Ja... Okay... Man kann daraus rote Farbe machen, wie ich gesagt hab... So... Oh, ich find's gut, dass ich jetzt... so viele Kühe find... Okay, da hinten ist... Anfang eines Schneebioms oder eines... Tannenbaumbioms, keine Ahnung, weil da ist irgendwie kein Schnee... Aber es laggt, es laggt, es laggt... Es laggt... Warum laggt das? Egal, auf jeden Fall hab ich meine... Ich hab nicht vergessen, wo sie war... Naja, ähm... Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll... Ich glaub ich... Ja doch, ich hol jetzt erstmal Holz... Machen wir vielleicht ne kleine Basis... Und... Mal gucken, wieviel Uhr ich... äh, wieviel Uhr ich noch hab, ja... Ähm... So... Ups, da... Ja, ich war grad auf meinen... Timer fixiert... Dreieinhalb Minuten nur noch... Dreieinhalb Minuten nur noch... Dreieinhalb Minuten nur noch... Scheiße, dreieinhalb Minuten nur noch... Okay, ich sag das jetzt schon zum vierten Mann, aber dreieinhalb Minuten nur noch... Und falls man die... What the fuck, was macht der da draußen, ey... Falls man die Geräusche im Hintergrund hört... Das ist ne Bauchstelle... Mäh... Nichts denken, bitte... Und... Was da los... Hm... Keine Ahnung... Auf jeden Fall mach ich hier wahrscheinlich... Ich mach jetzt hier meine... Basis hin... So... Wuh... 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 Was ich welche finde... So, und das find ich eigentlich auch ganz cool... So ein... Pool voller... Hütte... Voller Hüt... Bitches... Ups, da... Der war fail gesetzt... Oh, jetzt hab ich... Jetzt krieg ich Schluckauf oder was? Ich will keinen... Schluckauf... haben... So... 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 Da ist ne Tür hin... Äh... So... Ist auch ein bisschen schwer, so... einen Zeitdruck zu bauen... Man muss ja nachdenken... Aber dann denken wir ja da dran... Ja scheiße, ich muss ja schnell machen... Weil sonst... Fail... Und so... Oh, das wär ja cool... Ich mach jetzt hier so Dings... Vielleicht noch eins... Ne, ich mach dann... Hm... Ne, geht nicht... Warte, erzähl ich euch gleich... Was, wo war ich denn jetzt grad... Ach, keine Ahnung, ich bin so verwirrt, ey... Holz... Das andere Holz sei auch noch... So... Mach hier wieder ne Tür rein... Ja, mach schneller! So, so, so... So, so, so... So... Aua, so... So, so, so... Und dann... Boah... So, so, so... Ey, ich bin gleich tot, ey! Was soll der Scheiß? Obwohl, doch, kein Gehen... Ich mach nämlich jetzt... Wollen wir jetzt erst mal frackeln... So, Uppsala... Nochmal fackeln... So... Fackeln... So... Raus... Ach, ich fackeln... Da hin und da hin... Da... Mua... Da raus... Noch eins höher... Oh! Mach doch! So... Oh, scheiß... Wie viel Uhr? Zeit, 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 Zeit! 33 Sekunden! 33 Sekunden! 33 Sekunden! 33 Sekunden! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Scheiße! 28... 26, das Dach will ich noch fertig kriegen. So, 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 rein und so. Ich mach dann hier so zwei Kisten hin und oben, also in der Mitte mach ich dann vielleicht eine Workbench hin, weil das sehe ich dann hier so eine Kiste hab, hier so eine Kiste hab, da eine Workbench und dann kann das ja von nach oben so aufgehen und dann, ich mach wahrscheinlich da eine Kiste, da eine Kiste, da eine Workbench und da hab ich schon wieder Zeitformen vorbei, ich geh raus und spiel da, wo ich grad hingezeigt hab, mach ich wahrscheinlich dann, äh, Dings hin, äh, einen Ofen hin und dann werde ich wieder langsam reden. Boah, das ist echt krasser Zeitdruck, also, ganz ernsthaft, da hab ich mir was vorgenommen. So, noch ein Schlückchen und dann ist der Part auch schon vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.